Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagabend auf der Landstraße 539 in Höhe der Abzweigung in Richtung Herscheid-Northelle. Hier kollidierten gegen 18.20 Uhr zwei Pkw. Zwei Menschen wurden dabei schwer, vier Personen leicht verletzt, darunter auch ein 13-jähriger Jugendlicher. Zu dem Unfall kam es, als ein mit drei Personen besetzter BMW aus Richtung Herscheid kommend nach links auf die Landstraße 539 in Richtung Mainerzagen abbiegen wollte. Die 37-jährige Autofahrerin aus Kirspe übersah dabei den Golf eines 35-jährigen aus Siegen, der in Richtung Attendorn fuhr. Der Golf war mit fünf Insassen besetzt.